ja ich dachte du schlägst mich wieder gut dass es so wenig schmerz ist und keine mehr das hat's verkackt bring mal welche her ich gehe gleich in der Hölle fahren kubi willst du mit alter wie geil der creeper explodiert richtig richtig hell lichterloh wie ein penis kubi kubi er will dich schreiben mit dem stink es war voll verständlich jetzt werde ich wahrscheinlich gleich sterben danke alex trotz noch drei eineinhalb herzen also schnauze ja ich muss außen rumlaufen und alles entschuldige dich volle kanne ok hier hast mein schwer im gesicht er hat sich kubi gemutet wahrscheinlich kubi stinkt ist so kann ich antworten also ich geh jetzt ein bisschen meinen erfüllt mit dem lebenstraum nils willst du ein bisschen strip mining helfen kriegst auch stein ab und kohle und eisen und essen ihr nicht willst du für mich strip minen nein schade das mal situation auskosten warum steht ein creeper in meinem haus oder what the fuck ah federn strings hat nicht mal schwarze pulver gedroppt der wohnsohn schwarze pulver black powder black power ja black power white power ich sollte mir noch eine tür machen ich habe einen bogen gemacht ich habe einen bogen gemacht ich habe einen bogen voll mighty mann junge du hast jetzt erst einen bogen ich habe einen bogen ich habe einen bogen ich habe einen bogen gemacht ich habe einen bogen gemacht ich bring jetzt mal alle schafe in pepis haus naja für die die bei mir gucken das hier habe ich alles im offplay gemacht weil es mir einfach zu blöd war das alles vorzubereiten wir werden die hier aufnehmen wir hatten zirka 5 minuten offplay weil ich noch gehangen habe weil er scheiße ist weil du klartext genau weil ich scheiße bin und alex kommt gleich aus dem maul von dir oder was mit deinen locharm ja problem damit ja fragezeichen kubi ist wieder da hey doch nicht doch nicht ja bleib halt weg echt mal verpiss dich kubi der will nichts mehr mit uns zu tun haben glaube ich finde ich gut ich eigentlich auch endlich einer der einsatz zeigt aber ich zeigte auch zwei satz ha ha oh alter der war flach also ich weiß ja nicht manchmal weißt du Kalle du musst nicht unbedingt Julian seinen Standpunkt übernehmen das mache ich schon ah ok so sicherheitshalber ich habe gehört wir erzählen uns jetzt ein paar Franzosenwitze weil es witzig ist aber machen weißt du auch warum nicht warum nicht weil es bestimmt welche gibt die das gucken glaub ich nicht und es immer Leute gibt die sich davon angegriffen fühlen die jetzt nicht gibt aber keine Franzosen die Deutsche Letzte gucken doch ein Kumpel von mir ist halb Franzose und ich bin auch halb Franzose weil sie beleidigt sind dass sie damals den Krieg verloren haben das nenn ich Moralapostel jetzt weiß ich streiten kapituliert Frankreich Asta Witz hihihi Alter geht's bin ich dran warum hat Frankreich die Französische Revolution gewonnen weil sie halt auch gegen Franzosen gekämpft haben na 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 es so heftig ich suche Kohle und finde nix ich find's irgendwie cool ohne Kubi Gell macht voll fun jo Ihr könnt euch eigentlich mal richtig ficken, ne? Okay, Kalle, komm her. Solche gayboys. Ey, da bin ich wieder, wuhu! Oh neee! Fang an zu weinen! Pff, so schön und ich! Kalle, kannst du dich nicht einmal töten für mich bitte? Ah, leider, aber ich bin grad was am machen. Er masturbiert. Er ist nicht im Afkwixenbereich. Ja, ich geh wieder weg. Ah, ich verarbeite gerade Holz. Und das ist besonders weil... Genau, das sollte ich auch gerade sein. Weil ich Holz verarbeite. Wow. Wow. Hart! Hier doch einmal. Haben wir ja nicht Weizen? Ja. Hardcore. Lol. Ja, wir haben Weizen. Oh, das sieht so schön aus mit Shadern. Ja. Passt so wie mein Pimmel im Morgenrot. Ich muss jetzt Peppy sein Schild töten, wollte ich gerade sagen. Oink! Ich bin ein Peaky- Ich bin ein Peaky! Ah, fuck you! Fuck you! Alter, ich glaube er- Fuck. You. To. Wuh! Mwa, ma, wah, wah! Mwa, mwa, mwaaaay! Nice faran! Mein neuer Dubstep-Remix. I'm a pig, I'm a pig! Biss'n wir doch, Nils! Was denkt ihr, was denkt ihr raucht Nils? Nein, ich tu nur, dass es irgendwas... Er raucht Schweine! Nein, 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 die Schweine! Ich weiß es ja nicht, aber manchmal befreit. Die Schweine reden mit dir! Jaja. Ja, Nils, wir wissen es. Die Schweine reden mit dir. Ich glaube, wir müssen mal mit deiner Mutter reden, Nils. Wird ja auf Pilze tippen, ne? Ja, es gibt ja auch Pilze, Minecraft. Also es ist plausibel zu wahrscheinlich. Also Nils, gib zu. Was hast du bisher alles geraucht? Frischen Scheidenpels. Lecker. Mit Jägersuch. Nicht so lecker. Nicht so lecker. Lecker, lecker, lecker ist es nur mit schön viel Salz. Und Feather. Und Rührei. Und Bacon. Und Speck. Und Bacon. Und Bacon. Und reichlich Bacon. Wir müssen immer noch ein Wizzerspawn. Am besten so in der Nähe von Peppys House. Nein, da sind unsere Schafe drin. Sind wir auch wieder. Scheiße. Gut, dann in der Nähe von Blacklasers Monsterfalle. Nein, da sind Schafe drin. Da sind wir in der Nähe, Kobi und ich. Das war ich auch nicht für. Ja. Ich meinte ja auch in seiner Monsterfalle. So, Schäfchen. Kommt mit. Stimmt, Mobgriefing ist eigentlich aus, ne? Ja. Ich weiß aber nicht, ob der Wolver dann was kaputt macht oder nicht. Äh, ich glaub, nein dürfte er nicht. Nein, theoretisch nicht. Nur ich frag mich nur, ob Enderdragon, wenn er wo durchfliegt, auch das als Mobgriefing gilt. Eigentlich schon, oder? Eigentlich schon. Der fetzt es ja einfach weg. Äh, eigentlich ist da die Betonung drauf. Eigentlich, aber wenn Mobgriefing aus ist, müsste eigentlich, dürfte es nicht gehen. Eigentlich. Komm mit, komm mit John, das Schaf. Ja, Sean, das Schaf. John, das Schaf. Oder John. Ja, John, das Schaf. John Schnee, das Schaf. Everill, komm her. Meister John, das Schaf. Ich nenn' mich Sean. Mega-derk-schwule Name. Das erinnert mich so an den, ähm... An Sean, das Schaf? Nein, an den geilsten Videospiele-Bug ever bei Heavy Rain. Da ist Sean, das Schaf gespawnt. Nein, da, ich kann's das jetzt richtig anstellen. Nein, 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 nein. Die letzte Szene, die Endszene, wenn du es irgendwie schaffst, das Spiel zu glitschen oder zu buggen, was auch immer, irgendwas musst du da machen, kann's passieren, dass der Hauptprotagonist plötzlich nur noch Sean schreit. Sean. Und das ist der Name eines Sohnes, den er in den Händen hält, in der Zähne. Und... Ich mag ja die Maus, ich singe mit der Maus und ihr. Voll ernst. Das ist voll die traurige Zähne und dann nur noch die ganze Zeit so... Sean, das Schaf. Sean. Also die Schweine sagen immer Schaf, wenn ich einen Bluff platziere. Ist ja nicht Sean, das Schaf, noch der Crystal Meth. Christian? Wir wollen hier... Nur Sean, das Schaf. Die reden mit mir. Weil... Schon so heißt. Und Crystal Meth raucht. Und die Schafe, sie reden mit mir. Nee, meine reden nicht mit mir. Die sollten mal mit hochkommen. Also... Nils hat irgendwas geraucht. Und warum sagen sie dick, wenn ich irgendeinen scheißen Block platziere? Dick. 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 Und heute 1. Und heute 1. April. Weil... Nils... Hör auf zu Titten. Hör auf zu Titten. Hör auf zu Titten deiner Freundin anzufassen, das ist nicht lustig. Da muss der Kalle gleich wieder lächeln. Mh. Boah, ich muss jetzt Stein... Ich muss jetzt Treppen machen. Ruhig. Was ist da los bei euch? Was ist da los? Stah los? Was ist da los? Was ist da los? Ein Stein-Pokémon. Danke, weiß ich auch. Ja, aber manche Leute wissen das halt nicht, na? Gibt's auch gar nicht. Doch, bei Ola. Ja, es gibt Leute, die wissen nicht, dass Stahlos ein Stahl-Pokémon aus der 2. Generation ist, was eine Weiterentwicklung von Onyx ist, welches sich nur entwickelt, wenn man es mit einem Stahlmantel tauscht. Richtig. Aber man nur einmal im ganzen Spiel bekommt, was ekelhaft ist. This childhood was awesome. Havessome? Havessome. What the fuck? Hahahaha. Schäfchen. Schäfchen? What the fuck? Ja, die Schafe kommen hinterher. Komm, komm Johnny, komm. Gib's mir. Johnny. What? Muhahaha. Du bist doch so ein Fuss. Dann schreckt er runter, ey. Helf mir gefälligst. Nö. Das war eine eindeutige Antwort, oder? Alex, jetzt geh mal da weg, sonst kommen die Schafe nicht hinterher. Was liegt dir auf dem Herzen? Harry. Nichts. Ich bin grad krass am merkeln hier. Merkeln. Husteln. Husteln. Ah. Genau. Ich bin grad unter der Erde husteln ein bisschen. Denkst du wir sollten ein paar töten? Äh, Nico, ich glaub Nils ist nicht mehr da, willst du ihn mal anrufen? Hä? Wo ist er hin? Du bist so ein Blödi, ey. Ernsthaft? Keiner willst du mal Gubi vor mir schlagen? Ich glaub ich weiß nicht. Wuuu. Ich muss ein paar töten. Warte. Wir haben zu viele. Am meisten die Roten. Warte. Okay, stopp, stopp, stopp. Alter, du hast mich gewonnen. Die Roten kannst du immer töten, weil die klauen dir deine Seele. So. Das war nicht. Ich hoffe immer für Alex, er ist nicht. Pink ist Schafe, Pink ist Schafe, Pink ist Schafe. Ja, wir haben ein paar davon. Komm, 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 komm. Put, 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 put. Die müssen wir jetzt überhaupt nicht sortieren, okay? Also pass auf, okay? Junge. Warum finde ich eigentlich so oft Dias? Dann sperr mal die da aus. Hopp. Okay, wo kommt Pink hin? Ja, lass halt einfach drinnen. Mach einen Pink da drin, okay? Dann mach ich Grau hier rein. Nein! Drei Dias nur, scheiße. Rotes Schäfchen. Guck mich an. Guck mich an, rotes Schäfchen. Du willst es. Eins von beiden muss... Pink ist geht rein! Achso, okay. Gut. Wollt ihr mal eigentlich noch ein pinkes vorbeibringen? Ich zieh das rote hier rüber, okay? Niko? Äh, ja. Bring dir mal noch das pinkes vorbeibringen. Bring dir mal noch das pinkes vorbeibringen. Wow, scheiße, wenn die Tür rüber. Jux. Können wir dann das riesige Scheißding von denen endlich mal in die Luft springen? Sprengen? Nein, Tibi. Nein, Nils. Und äh, Klecki will doch nochmal mitmachen vielleicht, oder? Ja. Ach, hier ist das ganze Holz hinzumachen. Wunderbar, hab sie getrennt. Rassentrennung machst du. Ja bitte, was ist, Niko? Du bist nicht Alex. Doch. Ich spinn, äh, woanders hin, weil ich fertig bin mit dem, was ich brauch. Wo hab ich den Stein? Achso. Nächste Ladung, Schäfchen. Sag voila, Alex. Oh mein Gott, hab ich viel Eisen und Kohle und Kohle reich auch. Ja, sag's nicht. So. Die einzige Schafe, die wir als Pärchen haben, sind die rosanen. Braucht mittlerweile eindeutig mehr Kohle. Äh, ich mein Kissen. Oh. Oh shit. Ist das so gut wie dasselbe? Shitty. Shitty. Ja, fast dasselbe. Bis auf, dass das eine ein Lager-Item ist und das andere irgendwas anderes. Lager? Lager. Es gibt mittlerweile nen Kohleblock, stimmt ja, ne? Ja. Der brennt viel, viel besser als kein Kohleblock. Der brennt wahrscheinlich neunmal so gut wie ein einfacher. Ist natürlich ein Kepler, muss ich es persönlich sagen.